Mit einem Klick gehen mehr als 80.000 Lichter an. Das Weihnachtshaus in Deining. Pünktlich zur Weihnachtszeit erstrahlen wieder unzählige Lämpchen und Figuren und locken Besucher aus nah und fern an. Also ich bin auf die Idee gekommen, mit so vielen Lichtern das zu dekorieren, muss ich sagen, weil ich als kleines Kind immer schon so den amerikanischen Film da schöne Bescherungen angeschaut habe. Und da kam so ein bisschen die Begeisterung, dass ich gesagt habe, wenn ich groß bin, will ich das auch mal machen. Und dann hat es halt einfach klein angefangen mit zwei Bäumen im Garten zu dekorieren. Trotz Energiekrise hat sich Andi Kassner nicht davon abhalten lassen, sein Elternhaus in Deining in ein Lichterspektakel zu verwandeln. Schon im September hat Andi mit den Vorbereitungen für sein Weihnachtshaus angefangen. Das Highlight dieses Jahr ist? Die selbstgebaute Pyramide, die ist auch ein bisschen einzigartig. Die ist fast fünf Meter hoch und dreieinhalb Meter im Durchmesser. Das war mal ein ehemaliges Kinderkarussell. Das haben wir sehr teuer umgebaut und hat lebensgroße Krippenfiguren, die ich auch extra aus Österreich geholt habe. Und die war schon mit dem Umbau und allem drum und dran ein teures Vergnügen. Aber es ist was Einmaliges, weil das halt auch andere Weihnachtshäuser auch nicht so haben. Während die Lichter bei den Weihnachtsmärkten ab 21 Uhr aus sind, geht es im Lichterhaus von Andi erst richtig los. Und mit Hilfe der gezielten Einschaltzeiten und der LED-Technologien lässt sich sogar der Stromverbrauch gut kontrollieren. Dass das beleuchtete Haus Weihnachtsvorfreude bei Groß und Klein auslöst, ist für Andi Kassner jetzt schon das größte Geschenk zur Adventszeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017